himmlische beobachter registrieren jedes wort und sie sprachen redet denn der herr allein durch mose redet er nicht auch durch uns und der herr hörte es vierte mose zwölf vers 2 aaron und miriam waren über mose wegen seiner ehe verärgert sie meinten auch mose würde sich ihnen überlegen fühlen während sie immer an zweiter stelle standen diese gefühle waren genau das was satan bei ihnen bewirken wollte sie waren ganz in seinem sinne damit er das werk das er im himmel begonnen hatte weiterführen konnte satan konnte zwar den kopf die vernunft und die einsicht nicht beeinflussen aber er konnte einen eindruck erwecken der zu seinem subtilen vorgehen passte aaron und miriam wurden sich einig sie besprachen sich und sagten redet denn der herr allein durch mose redet er nicht auch durch uns achte auf den folgenden satz und der herr hörte es der herr hört vieles was wir menschen reden und er weiß dass der strom des bösen dadurch in gang gesetzt wird dass man heimlich böse worte ausspricht würde man sich immer bewusst machen dass ein zeuge anwesend ist der jedes wort mit anhört auch wenn es in einem abgeschirmten zimmer gesprochen wird gäbe es weniger persönliche gespräche bei denen menschliche lippen den verstand anderer mit ideen und bösartigen vorschlägen beeinflussen die die versuchungen des großen verführers nachbeten es gab einen der mose verteidigen konnte höre sein zeugnis seine worte sind uns bis heute überliefert und beweisen dass gott ganz anders denkt als ungeheiligte menschen aber mose war ein sehr demütiger mensch mehr als alle menschen auf erden da kam der herr hernieder in der wolkensäule und trat in die tür der stiftshütte und rief aaron und mirjam und die beiden gingen hinein dann wies er sie zurecht hört was ich euch sage wenn ich einem propheten unter euch etwas mitteilen will erscheine ich ihm in einer vision oder spreche im traum zu ihm mit mose aber rede ich anders denn er ist mein treuer diener ihm habe ich mein volk anvertraut ich rede mit ihm von angesicht zu angesicht nach diesen worten entfernte sich der herr voller zorn und die wolke verschwand vom heiligen zelt als aaron sich zu mirjam umdrehte war ihre haut weiß wie schnee denn sie war aussätzig geworden weil aaron und mirjam dadurch ausgezeichnet wurden dass sie an der führung des volkes beteiligt waren hielten sie sich mose gegenüber für gleichberechtigt und in der tat hatten sie an dem ganzen einen wichtigen anteil sie waren der meinung dass ihnen ebenso wie mose ruhm und ehre zustanden jeder von gott gebrauchte mensch sollte bedenken dass in jeder stellung in die gott ihn gestellt hat er ihm völlig vertrauen muss